Hallo hier ist wieder Bernhard Eschbammer von der Firma Eschbammer Forst & Gartentechnik und ich möchte euch heute wieder zum Produkttest einladen und zwar ist das von der Firma Datacool der Kraftstoffreiniger Kraftstoffsystemreiniger da könnt ihr euch bewerben und zwar wenn ihr ein Kleingerät habt oder auch was größeres also die kleinen nimmt man halt für zum Beispiel wie hier Rasenmäher, Motorhacke, Fräse oder auch Schneefräse wird auch gehen oder andere entsprechend Kleingeräte Motorsense, Motorsäge wenn das Gerät nicht mehr gescheit läuft unrund läuft und stottert dann könnt ihr das zum Reinigen hernehmen den großen den nimmt man dann eher für Auto oder größere Sachen Motorrad, Oldtimer-Bereich also alles was mit Vergasertechnik ist für Einspritzanlagen bringt es in der Regel nix. Ich würde euch recht herzlich einladen bewerbt euch für den Test dann kriegt ihr das Produkt kostenlos zum testen ihr braucht bloß ein Gerät wo ihr das einsetzen könnt schreibt einfach eine Bewerbung am besten mit ein paar Fotos oder einem kleinen Video damit wir sehen was für Geräte ihr habt oder ihr könnt auch aufnehmen wie es läuft und die Sachen halt vorher überprüfen ob der Luftfilter gereinigt oder erneuert ist und die Zündkerze sollte auch neu sein dass man das als Fehlerquelle ausschließen kann und dann kann man das testen bei 90 bis 95 Prozent aller Fälle geht danach der Motor wieder einwandfrei danach halt wichtig umstellen auf Sonderkraftstoff oder 98 Oktan Benzin aufwärts zusätzlich mit Kraftstoffstabilisator also Kraftstoffkonservierer verwenden wenn es euch gefallen hat dann macht es ihr gefällt mir liked mir abonniert mich und bewerbt euch danke für die Aufmerksamkeit ich danke für die Aufmerksamkeit